In diesem Video geht es darum, dass du erfährst, welche 10 Dinge dich davon abhalten, wirklich erfolgreich zu werden. Denn es ist ganz einfach. Ich bin Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Ich helfe Unternehmern wie dir dabei, deine Arbeitszeit massiv zu steigern und deine Gewinne zu reduzieren. Und völlig egal, ob du Gründer, Selbstständiger oder Unternehmer bist. Es ist ganz, ganz einfach, dass du noch mehr arbeitest und weniger verdienst. Schauen wir uns diese Sachen doch einfach mal konkret an. Welche großen Erfolgshemmer kann man denn so schön einsetzen? Mein absoluter erster Geheimtipp für dich ist, dass du jeden Tag einfach so nimmst, wie er entsprechend kommt. Das heißt, völlig egal welche Struktur, völlig egal welche Aufgaben, mach einfach das, worauf du richtig, richtig Bock hast. Denn die Arbeit soll Spaß machen und wenn Arbeiten keinen Spaß macht, dann lass es einfach sein. Insofern, ohne jegliche Struktur durchzuziehen, das ist eigentlich das allerbeste, was du machen kannst. Kommen wir also gleich zu Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 2 ist ganz simpel. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe besser auf morgen. Alle wichtigen Dinge, da muss man sowieso mal eine Nacht drüber schlafen. Und deswegen meine absolute Empfehlung, können dir ausreichend schlafen und pack die Dinge morgen an. Es ist viel, viel einfacher. Morgen wird es besser. Tipp Nummer 3. Ich bin so geil, deswegen brauche ich Pausen, 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 Pausen. Oder brauche ich keine Pausen? Warte mal, wie war das bei Instagram? Wenn ich Pausen mache, dann bin ich nicht produktiv. Achso. Ne, das heißt, um richtig produktiv zu sein, darfst du keine Pausen machen. Du musst durchziehen. Du musst knüppelhart, immer feste Arbeiten und komme was wolle. Egal ob es 10 Stunden sind, ob es 12 Stunden sind, 14 Stunden, am besten du schläfst gar nicht mehr. Dann wirst du wirklich erfolgreich. So, jetzt habe ich hier 80 Euro Cash. Ja, die behalte ich, ne? Schön blöd. Das Geld jetzt ausgeben, das habe ich gerade erst hart verdient. Ne, 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 so machen wir da nicht. Das bleibt schön hier in Papas Tasche. Und dann kann mir auch nichts passieren, ja? Lieber die Kohle bei sich behalten, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich Investition, ne, auf keinen Fall Risiko eingehe, wer bin ich denn? Reich wirst du nämlich nur von dem Geld, was du nicht ausgibst. Denk mal drüber nach. Du musst mehr arbeiten. Mach dies, mach das, mach das, mach das. Das muss mein Team alles machen. Die müssen es schaffen. Denn ich muss mich ja da hinten nehmen und die Zeit genießen. Hab gar keine Zeit, so viel zu arbeiten. Deswegen meine absolute Empfehlung. Je mehr du an dein Team auslagerst und je mehr du sie überhäufst und ganz, ganz wichtig, am besten viele verschiedene Sachen gleichzeitig, dann läuft die Sache richtig gut, denn du hast nichts mehr zu tun. Spezialisten suchen, die einzelne Fachbereiche abdecken, pfff, quatschi, die paar Sachen werden die schon hinkriegen. Das wird gut. Weiterbildung, mach ich doch. TikTok, richtig geil. Instagram, ich hab alle wichtigen Channels, hab ich abonniert. Natürlich bilde ich mich weiter. Zu Seminaren, Faden, ne, 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 das ist mir zu anstrengend. Podcast, was ist das denn? Hört sich an wie eine Krankheit. Ne, das mach ich nicht. Da lenke ich mich nur ab. Nicht zu viel im Kopf rein, dann passiert auch unten mehr. Mein Geheimziel. Also, weiter auf Instagram. Guter Spruch, der gefällt mir. Also, Herr Kunde, ja, das kann ich so nicht bestätigen. Ne, ne, warten Sie mal, ich hab da noch eine Idee. Ach, ja, kein Problem. Was? Ne, 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 also ich weiß das besser. Ich weiß das besser. Die Kunden, ne, die quatschen immer so viel. Du musst den Input liefern. Du wurdest dir engagiert, damit die Kiste richtig läuft. Ach, Quatsch, dass ihr viel erzählen wollt. Psst, leise. Ich, nein, ja, natürlich kann ich dazu noch was sagen. Weißt du, ja, ja, ist schon richtig, was ich sag, aber ich weiß das besser. Jetzt kommen wir langsam auf die Zielgeraden, meinen Erfolgshemmer. Ja, und das, was ich einfach nur sagen kann, nach all den Jahren, die ich so erfolgreich war, das würde auch so weiterlaufen. Ja, ich weiß ganz genau, was ich getan habe, um damals erfolgreich zu sein. Und jetzt muss ich einfach nur daran festhalten. Das ist für mich das Geheimrezept. Ich mache einfach das weiter. Du kennst ja den Spruch. Never change a running system. Das ist mein Credo. Ich glaube, ich tätowiere mir das. Ich rufe mal gleich meinen Tätowierer an. Ja, Achim, ich brauche ein Tattoo. Ja, hier dieses Running Change Never System. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, denk dir mal was cooles aus. Machen wir. Ha, Tobi, ich komme bald vorbei. Konkurrenz? Ich habe keine Konkurrenz. Habe gar keine Zeit nach links und rechts zu schauen. Was Wettbewerb macht, ist mir doch egal. Boah, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Da solltest du mal drüber nachdenken. Wenn du immer hier so viel Zeit miteinander verbringst, da kriegst du deine eigenen Ideen gar nicht aufs Papier. Ja, links und rechts gucken, Inspirationen holen. Papa la peng, sag ich immer. Ja, hat schon meine Oma gesagt. Du brauchst eins hier. Du musst so hier geradeaus. Und links und rechts. Nee, 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 nee. Keine Zeit. Wir ziehen unser Ding durch. Völlig geil, was die anderen machen. Das ist eh nur Quatsch. Ja, ich hatte dir 10 Tipps versprochen. Und eine Sache kann ich dir sagen. Mein absolut wichtigster Tipp ist, du musst immer fokussiert sein, immer vollen Einsatz. Und das ist absolut okay, dass du keine Zeit hast. Ja, das ist absolut okay, dass du keine Zeit hast. Als Unternehmer musst du arbeiten. Malochen, malochen, malochen. Das hat schon Rainer Kallmund gesagt. Du musst die Pickelhaube aufsetzen und dann Vollgas geben. Und wenn das nicht machst, dann wirst du auch nicht erfolgreich werden. Und wenn die Leute dich anrufen und sagen, ja, kannst du mal mitkommen, mal Sport machen. Familie, die habe ich in die Welt gesetzt. Ich muss mich jetzt nicht auch noch drum kümmern. Kompletter Quatsch. Du musst zusehen, dass alle reichen und erfolgreich sind. Und vor allem du. Das ist das Wichtigste. Wenn du das Geld verdienst, dann kannst du den Rest auch kaufen. Von wem her kann sich Zeit nicht kaufen. Quatsch. Dann hast du nur zu wenig Geld verdient. Und das ist das wirkliche Geheimnis. Das ist mein Bonus für dich. Das solltest du umsetzen. Los geht's. Und ganz, ganz wichtig. Jetzt habe ich meine 10 Top-Unternehmerweisheiten mit dir geteilt. Und ich kann dich nur um eine Sache bitten. Setze das bitte konsequent um. Denn ich kann dir sagen, wenn du keinen Erfolg haben willst und permanent scheitern möchtest, dann sind das die absoluten Top-Empfehlungen für dich. Es ist so einfach. Such dir da deine entsprechende Top-Wahrheit nochmal raus. Guck dir das ganz genau an. Und dann zieh das konsequent durch. Und wenn du merkst, dass du eine oder andere Sache schon zu gut bist, ist kein Problem. Schau sie nochmal an und übernehme diese Routine von mir. Denn ich weiß, wie der Hase läuft. Also. Und ganz wichtig zum Ende. Teil das mit deinen Freunden dieses Video. Oder auch hier den Kanal abonnieren. Denn ich weiß, wie der Hase läuft. Also. Viel Spaß bei der Umsetzung. Alles klar. Gut. Oh, ich habe auch keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Los. Jetzt mit der. Ich habe auch keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Ich habe auch keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Ich habe auch keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Ich habe auch keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Ich habe auch keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Ich habe auch keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Ich habe auch keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Ich habe auch keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Ich habe auch keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Untertitelung des ZDF, 2020